Du hast nicht auf Rekord gedrückt, Hauke Nicht rekordet, nein, nein Der Podcast wurde nicht aufgezeichnet, Hauke Nein, nein Was hast du nur gedacht, Hauke? Es war die beste Show seit März Jetzt ist alles fake, Hauke Wir standen ganz schön im Scherz Wir hatten gestern viel Lachen Doch jetzt kannst du es nie mehr machen Hauke, Hauke, was ist passiert Denn du hast nicht den Knopf gerührt Wir hatten gestern viel Lachen Doch jetzt kannst du es nie mehr machen Hauke, Hauke, was ist passiert Denn du hast nicht den Knopf berührt Ne, wir haben über noch gar nichts gesprochen Jetzt tut mir voll leid, wir haben gar nicht aufgenommen Der hat gerade gestoppt Das ist wirklich wahr Ab wann hat er denn gestoppt? Das weiß ich nicht Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich aufgenommen habe Dann sollten wir vielleicht kurz Pause machen Und mal gucken, ab wann du aufgenommen hast Ich glaube, ich habe nicht aufgenommen Bist du dir hundertprozentig sicher? Meine Damen und Herren Wir haben nicht aufgenommen Wir kommen zu Astrakulada Es ist der 23.6. Ne, es ist nicht Es ist der 20.6. Hatten wir gerade Es ist der 20.6. Und wir haben zum zweiten Mal, glaube ich, nicht aufgenommen Obwohl wir schon 15 Minuten labern Ja, das tut mir sehr leid, Daniel Das war ein bisschen unprofessional Kannst du nichts für? Doch, da kann ich schon was für Ich hätte einfach auf den Rekordknopf drücken sollen Das ist jetzt aber komisch Wir haben eigentlich schon relativ viel gelacht Und all das, was wir gerade erzählt haben Hätte euch dazu gebracht Sehr, sehr laut zu lachen Scheiße, was machen wir denn jetzt? Naja Es ist ja eigentlich überhaupt kein Problem Wir hören jetzt einfach auf Wir hören jetzt einfach auf Das war's für diese Woche Wir hören uns nächste Woche Tschüss Ey, das ärgert mich aber total Also wirklich Das ist mir halt auch schon in der ganzen, ganzen langen Zeit Echt selten passiert Wir hatten einmal eine Folge Die nur halbwegs aufgenommen worden ist Ich weiß, aber das ist ja Oh, das ist ja schrecklich Aber du bist dir hundertprozentig sicher, dass du gar nichts aufgenommen hast Ich bin dir hundertprozentig sicher, dass ich gar nichts aufgenommen habe Ich weiß nicht, ich wollte draufdrücken Und dann hast du angefangen zu erzählen Und dann hab ich gedacht, ich habe aufgenommen Und dann ist das nicht passiert Und dann sind wir so gut reingekommen Mit dem, was du halt erst erzählt hast Und dass du ein bisschen Rücken hattest Und dass du halt auf dem Festival gewesen bist Und dass wir halt gerade schon den Leuten angeboten haben Zu sagen Ey, wenn ihr Bock habt auf geile Festivalaktionen Dann schreibt uns einfach Aber Das ist ja überhaupt kein Problem Wir sind ja Profis So Daniel Was hast du denn am Wochenende gemacht? So hätte ich jetzt nicht angefangen Na doch, dann weiß man halt einfach Wenn es jetzt nicht wie wiedergekauter Tabak von Von vor Von vor gerade ist Von vor gerade ist Aber wir beide sind cool, wir schaffen das ja nochmal Wir haben angefangen damit Dass ich ein bisschen Rücken habe Weil Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Alt seid Wenn ihr lange Auto fahrt Und alt seid Und alt seid Und ihr habt ein Mietauto Von Miles Und ihr denkt so die ersten 10 Minuten Ah ja, cooles Auto, cooler Sitz Aber nach 30 Minuten merkt ihr Nee, der Sitz ist auf der rechten Seite Am Rücken ist der uncool Irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht Hast du die Sitzheizung angehabt? Auf gar keinen Fall Und dann rutscht ihr halt immer so von links nach rechts Und versucht euch irgendwie eine Position zu finden Wo ihr cool sitzen könnt Aber das hat nicht funktioniert Und ich hatte einen Mietwagen Weil ich von Hamburg nach Geiselwind gefahren bin Geiselwind? Wo liegt denn das? Ey, Geiselwind liegt in Nürnberg Nein, Nürnberg in Europa Nürnberg in Europa Und es ist ein riesengroßer Erlebnis-Rasthof Es ist der totale Wahnsinn Und da ist ein großes Ein Rasthof oder ein Autopark? Ein Autohof Ein Autohof? Ein Autohof Werden da Autos verkauft? Nee, da werden keine Autos verkauft Wieso werden da keine Autos verkauft bei einem Autohof? Ihr kennt doch Autohöfe, Kinder Ihr kennt doch Rastplätze, wo ihr einfach so ranfahrt Und ihr kennt Autohöfe, wo ihr abfahren müsst Von der Autobahn Und da ist dieses Heroes-Festival Geiselwind Wo ich war Das ist auch eine große Halle Eine Event-Halle Da finden auch andere Veranstaltungen statt Und da war dieses Festival Und das ist halt ziemlich irre Weil das halt so ein riesen Hof einfach ist Mit wirklich jeglichem Essen Was man sich vorstellen kann Also Subways, McDonalds, Burger King K&C und sowas Die ganzen nachhaltigen Produkte Die ganzen nachhaltigen Produkte gibt es da Und da ist halt dieses Festival Und da ist einmal draußen eine große Bühne aufgebaut Und dann ist diese Event-Halle gibt es Wo auch Sachen stattfinden Wie viele fassen da rein? 5.000 Leute 5.000 Leute Wahnsinn Das ist völlig irre Und da war ich auf jeden Fall am Wochenende Ich war Freitag mit Esther Graf da Samstag mit Juju Und Sonntag bin ich halt Weil man nicht vergessen darf Auch als neu zugeschalteter Hörer oder Hörerin Daniel ist mich To-Manager Das ist er Und Sonntag hatte ich dann halt Aachen Kikimo-Festival mit Grosche geflüstert Daher musste ich mit einem Auto fahren Und das war auf jeden Fall sehr anstrengend Für meinen Rücken Und das merke ich heute ganz extrem Dass es wirklich sehr nervtötend ist Aber es war ein schönes Wochenende Und was wir noch erzählt haben war Dass ich eine Empfehlung rausgegeben habe Dass ihr euch bitte alle Luna anhören sollt Die habe ich Samstag auf dem Heroes gesehen Und die war wirklich großartig Hört euch bitte diese junge Frau an Sie ist wirklich eine sehr gute, talentierte Ich wollte gerade Schöne sagen Aber nicht schön ausseemäßig Was sie auch ist Aber von ihrer Musik Es ist so Emo-Pop-Rock-Rap Was war denn das gerade? Nicht so schön ausseemäßig Das klang jetzt gerade so Als wenn es ein bisschen Wenn es ein bisschen Nein, ich finde immer so Sozusagen Ja, die ist schön Ist halt auch so Wie das Aussehen drauf gehen möchte Was man ja gar nicht möchte Ich meinte einfach Einfach schöne Musik Und das war sehr gut Und das könnt ihr euch bitte alle anhören Und das hat sehr viel Spaß gemacht Und darum sind wir dann Samstag Nee, Sonntag dann Auf dem Kikumo-Festival in Aachen gewesen Lieber Hauke Ja Du rast jetzt einfach gerade so durch Du könntest Naja, weil du angefangen hast Die ganze Zeit so blöde Witze reinzumachen Nein, ich mache jetzt keine blöden Witze reinzubringen Nee, jetzt nicht mehr Nein, ich mache jetzt doch keine blöden Witze da rein Ich versuche halt einfach mit dem Was wir schon vorher gehabt haben Ja Durch den Podcast zu führen Weil ich nämlich auch gesagt habe Mein Gott Leute, wenn ihr das hört Dann ist Hurricane Stimmt, Leute Und ihr freut euch wahrscheinlich Total darauf Dass 90% Regenwahrscheinlichkeit Angesagt worden ist Und dann hast du gesagt Sonntag auch Sonntag auch Sonntag soll es auch regnen Auf dem Hurricane Aber ist nämlich egal Genau, stört euch doch null Weil nämlich an der Red Stage Also am Sonntag auf der Red Stage Könnt ihr bitte alle Um 16 Uhr rankommen Das ist genau die richtige Zeit Wo ihr schon ein bisschen was auf dem Kessel habt So aty-mäßig Und wo ihr bestimmt richtig Bock habt Durchzudrehen So Und das könnt ihr machen Indem ihr ab 16 Uhr euch Geruchstahlgeflüster anguckt Auf der Red Stage Da werden wir euch wegbumsen Das wird voll schön Ihr könnt mich auch vielleicht sehen Vielleicht schmeiße ich einen Ball ins Publikum Oder weiß ich nicht Mach Stage-Diving von der Bühne Mal gucken Oder hau es mit dem Hammer irgendwo drauf Oder hau mit dem Hammer irgendwo drauf Das wird auf jeden Fall schön Ich würde mich freuen Wenn da ein paar von unseren HörerInnen Vorbeikommen würden Das wird ein schönes Konzert Weil wir haben in Aachen nämlich echt abgerissen Das kann man auch einfach mal sagen Wie es ist Ich sage das wirklich selten Dass wir abgerissen haben Weil ich das so doof finde Und das Obwohl nur junge KünstlerInnen am Start waren Hast du gesagt Ja genau Nur junge KünstlerInnen Und dazwischen Großstadtgeflüster Und dann habe ich gesagt Was? Das kann doch nicht wahr sein Großstadtgeflüster Wenn die etwa halt auch von Von Booking-Agenturen Ne Ja schon Ja, wenn sie Die werden schon gebucht Von Booking-Agenturen Aber denen wird halt auch gesagt Dass sie zu alt sind Genau Festivals sagen das Zu ihrer Booking-Agentur Genau Aber sind sie nicht Weil sie auch mit jungen Leuten Abliefern können Genau Wir haben einfach Es wird geschafft Ich sage mal Dieses 16 bis Mitte 20 Publikum Nina Chuba Mayberg Und wie sie alle heißen Fans Halt zu bekommen Und es gab Moshpits Und es wurde lautstark mitgesungen Und 5000 Leute sind durchgedreht Und das war voll schön zu sehen Also ganz ehrlich Das war wirklich schön zu sehen Auch für Jen und Raffi Von Großstadtgeflüster War das halt so Am Anfang so Das ist schon ein sehr junges Publikum Mal gucken ob wir die überhaupt bekommen Ob überhaupt jemand da steht Weißt du Ob sie überhaupt jemanden interessiert Im Endeffekt Und völlig Unberechtigte Unberechtigte Zweifel Weil die wirklich Komplett durchgedreht sind Das war total geil Und auch die ganzen Mädels Dann halt bei DADM so Gebt mir jetzt mal ein DADM Fangen sie alle Alle supi Haben alle mitgesungen Das war alles Alles tippitoppi Moshpits ohne Ende Hat Bock gemacht Ich glaube das funktioniert nicht so Dass wir den alten Kram Den wir gerade gelabert haben Wieder hochholen Ne wirklich nicht Ich habe es gerade gemerkt Das ist irgendwie so Das sind die Gags und sowas Das tut uns voll leid Aber was wir bitte Weil da waren wir Da waren wir noch nicht fertig Hauke hatte nämlich gesagt Beziehungsweise gefragt Was war das denn vor ein paar Wochen Was du bei uns In die WhatsApp Gruppe Reingeschickt hast Da habe ich ein Bild Reingeschickt Von einem umgekippten Auto Auf der Bühne Das war ein Polizeiauto Das war ein Polizeiauto Aus Berlin Keine Ahnung wo die herkommen Weiß ich nicht Die hatten auf jeden Fall Eine ganz abstruse Ein ganz abstruses Bühnenbild Das kann man noch mal Ganz kurz eben sagen Ein riesengroßes Banner Mit einem Bild Vom G20 Gipfel aus Hamburg Wo ein paar junge Spaßkits Sachen angezündet haben Der Schlagzeuger hatte Einen Riser Wo halt so Barrikaden Drum gebaut waren Und dieses umgedrehte Polizeiauto auf der Bühne Das war alles so drüber Und so schlimm Aber es war nicht Gewollt drüber Oder irgendwie ironisch gemeint Sondern es war leider Ernst gemeint Und das ist Das fand ich halt Ein riesen Problem Weil man den Jungs Nicht abgenommen hat Dass Das noch Punk ist Mit Mitte 50 Das werden sie wahrscheinlich Ganz anders sehen Also das werden sie Mit Sicherheit anders sehen Dass das nicht so ist Aber Das war halt auch Alles textlich Nur Saufi Saufi Und dann so ein paar Linke Punkparolen Da reingedrückt Und Das war alles Das war alles schwierig Was ich dazu noch sagen wollte War nämlich Dann gibt es halt auch Haben sie im Vorfeld So ein Bild gepostet Wie sie in ihrem Truck stehen Also wo ihr Ihr Equipment drin ist Und alle halt so ein bisschen böse Und punky gucken Und dann irgendwas so Von wegen so Wir reißen jetzt Die Rock am Ring Stage ab Und alle gucken halt so böse Und das war halt auch so Das war ein sehr Ein sehr cringes Bild Einfach mit einem sehr cringes Wir reißen jetzt Rock am Ring ab Das war einfach so Boah Leute Bitte ey Hört doch einfach auf Sowas zu machen Das ist doch echt ultra peinlich Wirklich Wie süß du eigentlich In letzter Zeit Alles verniedlichst Weil du es auf I Entlässt Punky Wokey 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 Und das B steht für Party Ja Mach ich das? Ja das machst du sehr häufig Gerade Du machst so Verniedlichungen Spasi Nee Spasi sag ich nicht Also Spasi würde ich nicht sagen Ich glaube wenn man jetzt Zwei Minuten Zwei Minuten Zurückspult Könnte man Könnte man das Wort Spasi auf jeden Fall hören Weil das habe ich nämlich Auch gerade gehört Okay Ich weiß aber nicht Warum ich das mache Keine Ahnung Warum machst du das eigentlich? Spasi Touristen Weiß ich nicht Warum ich das mache Ich habe ja nichts Mit Kleinkindern gerade zu tun Wo man das irgendwie machen müsste Das ist ja die große Frage Vielleicht Hast du das Gefühl Manchmal dass wenn du als Tourmanager unterwegs bist Dass du eine Art Lehrersprache entwickelst Indem halt Du auf sehr freundliche Art Sagst Was zu tun ist Und damit es nicht so hart klingt Dass du dann bestimmte Sachen Halt einfach verniedlichst Kommt auf die Produktion an Und ja Das kommt auf die Produktion an Und ja Also bei großer Gefühlser Mache ich das definitiv nicht Weil das macht keinen Sinn Und das ist auch nochmal Eine ganz andere Arbeit da Weil das da alles einfach Razzi-Fazzi funktioniert Razzi-Fazzi Rucki-Zucki Rucki-Zucki Nee das funktioniert aber Dann kommst du nämlich an Dann sind schon die ganzen Hands da Und dann so Ich kann mir schon vorstellen Wie du auf die Bühne kommst Und sagst Hallo ihr Hasen Aber das mache ich ja wirklich Ja Hallo ihr Hasen Wir freuen uns heute mit euch Diese Produktion zu machen Es wäre unfassbar spaßig Wenn ihr ganz Rucki-Zucki Und Razzi-Fazzi Unseren Truck ausladen würdet So schlimm ist es nicht Wenn du das nicht richtig anfasst Dann kann es sein Dass ich vielleicht ein bisschen lauter Aber das mache ich nicht Ich besorge euch auch Alle noch einen kurzen Aber genau so Genauso versuche ich das Tatsächlich Bei jeder Produktion Also klar Man geht Man versucht das halt Im Backstage Mit den ganzen Backstage-Leuten Die dort arbeiten Halt Irgendwie cool zu sein Und mit denen Und dann redet man halt auch Etwas anders mit denen Aber auf der Bühne Ja Also ich glaube Ich nenne fast jeden Menschen Hand Auf der Bühne halt auch Ey Hase Kannst du mal das mal eben machen Das funktioniert ganz gut Also einige gucken dann halt Ein bisschen Komisch beim ersten Mal Aber es ist mir halt wurscht so Wir hatten ja letzte Woche Das Thema mit Anschreien Auf Festivals Das hast du ja gebracht Und ich finde das ist genau Genau das Da greifen wir jetzt mal wieder rein Da greifen wir jetzt mal Genau nämlich das Du kannst gleich weitersagen Denn wir haben nämlich Feedback bekommen Erzählst du bitte Das Feedback Weil ich muss mir was zu Trinken holen Von hinten scheinen Ja Das ist eigentlich Das ist jetzt eigentlich Nichts Großartige Was ich so erzählen kann Das ist halt einfach Wir haben Feedback darauf bekommen Mir wurde gesagt Auch wie die Person hieß Mir wurde auch gesagt Das ist nicht Mitte 50 Sondern Mitte 60 Der Mann mit Cowboyhut Und Motorroller Und Dass das wohl Bei manchen Leuten Einfach gar ungebe ist Ist ja auch in Ordnung Was willst du mit einer Cola Und einer Gabel Naja ich muss versuchen Meine Kabel So eine aufzukriegen Weil mein Wie nennt man das Der Strohhalm Strohhalm durchgeweicht ist You know Achso Weil der Strohhalm ja Leider 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 Aus Pappe ist Schrecklich Aber da haben wir Ja aber das ist ja Das ist ja trotzdem Trotzdem kein Grund Dass man sich da Gegenseitig anschreit Du sagst Du sagst Meine Hasen Ich sag immer Mein Herz Ja Herz Herz hab ich auch glaube ich Ein paar mal gesagt Aber ich versuche halt immer Dass die Leute Dass die Leute Ein gutes Gefühl kriegen Und ich glaube Das versucht auch Ich sag einmal Juju Produktion Das versuchen alle Auf der Bühne halt auch Also unsere Produktion Versucht das halt Die Leute Die da auf der Bühne arbeiten Trotz des ganzen Stresses Und diesen Aufbauschüssel Dass die halt ein gutes Gefühl Natürlich mal ganz schnell Der Ton Etwas Nicht geil So und das kann man auch Glaube auch einfach sagen Wie es ist Aber wenn dann Das eine Ding kommt Wo ich dann denke So ja okay Das ist aber Das funktioniert nicht Dann werde ich halt auch Ich werde nicht laut Ich werde aber dann bestimmt Und sag dann halt so Von wegen Sola Das funktioniert so nicht Lass mal bitte eben Fünf Minuten zusammensetzen Weil das läuft hier alles Gerade richtig scheiße Und dann habe ich mich Mit denen zusammengesetzt Und denen das kurz erklärt Und gesagt Dass es bitte jetzt Genau so laufen soll Und das bitte auch In der nächsten halben Stunde Und wenn das nicht passiert Dass wir hier alle Keine gute Laune mehr haben werden Den ganzen Tag Und dann hat das auch funktioniert In der halben Stunde Und danach wurde sich auch Tausendmal entschuldigt Und das war dann auch Für mich okay Aber es war halt einfach Einfach sehr ungeil Die ersten anderthalb Stunden Auf diesem Festival Also mal Beispiel Kavkiz hat neben uns Ihre Garderobe Die waren Die Garderoben waren In diesem Campus Ding Eingebaut sozusagen Und die gute Kike Kennst du ja auch Vom Superkunstfestival Und von Revolverheld Die hat Toolmanagement für Kavkiz gemacht Daher war das sowieso Eine sehr große Knuddelige Art und Weise Wie wir uns morgens Dann begegnet sind Und alles war eigentlich ganz schön Und ich komme bei denen In den Backstage rein Und die haben Da ein Frühstück stehen gehabt Wo ich mir gedacht habe What the fuck Wo kommt das denn alles her Und warum sieht die Melone aus Wie ein Hai geschnitten Was ist denn hier los So Stand auf dem Rider drauf Nee 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 Stand es nicht Und dann bin ich halt Bei uns rein Und bei uns war halt gar nichts Und dann habe ich dann gefragt Ey sag mal Wie sieht es aus mit Frühstück Wir würden jetzt gerne frühstücken So ja Frühstück ist da vorne Im Catering Zelt Und ich so Ah alles klar Okay Kavkiz Headliner Machen wir ein bisschen special Völlig okay für uns Dann gehe ich zu diesem Catering Zelt Und sehe schon Wie unsere Crew Ganz traurig Und alleine Vor diesem Zelt steht Und ich so Das sieht schon nicht gut aus Habe dann gefragt Was ist denn los Gibt es schon Frühstück Und dann Alle drei Leute Zeigen halt so rechts Auf den Kühlschrank Und ich gucke So in den Kühlschrank drin Und es ist da Ein riesengroßer Kühlschrank Wo eigentlich Getränke drin sind Da war aber nur Eine einzige Platte Mit drei halben Belich Brötchen Vom Tag vorher Und das war für mich Dann der Punkt Wo ich dann innerlich Geplatzt bin Und mir dann Den Menschen Vom Festel geschnappt hat Und gesagt hat So hör mal zu Wir machen das jetzt Genau so wie ich das sage Das Frühstück Was Kavkiz In ihrer Garderobe haben Möchten wir jetzt auch Innerhalb der nächsten Halben Stunde Bei uns in der Garderobe haben Wir möchten jetzt frühstücken Danach möchten wir duschen Etc Wir möchten vor allen Dingen Den Hai haben Genau Das habe ich noch gesagt Wir brauchen nicht Diesen verschissenen Melonen Ein Hai Genau so habe ich es gesagt Wenn du mit mir Unterwegs gewesen wärst Hätte ich gesagt Ist mir alles egal Ich will den Hai haben Ja das weiß ich ja Aber ich weiß ja Wie meine Dass meine Produktion Scheiß auf so ein Hai gibt Die wollen halt frühstücken So Und Das wurde dann auch gemacht Und das war auch dann alles gut Und dann hat man sich dann auch Entschuldigt Und alles Und danach war auch alles Alles schicke Und alles nett Und dann gab es dann halt auch Immer das Abendessen Dann halt auch bei uns Bei uns im Backstage Und so Weil dieses Skatingzelt War halt wirklich sehr klein Und es waren sehr viele KünstlerInnen Auf diesem Festival Und die Crew Leute Haben dort auch gegessen Und dementsprechend War das echt ein bisschen War das ein bisschen tricky geworden Da halt mit allemann zu essen Und Aber das sind dann halt so Sachen Wenn du morgens ankommst Und es funktioniert halt irgendwas nicht Oder es funktioniert sehr sehr viel nicht Dann kann das ganz schnell passieren Dass dann der ganze Tag halt im Arsch ist So Dem sind wir Das war ja zum Glück nicht so Aber es macht halt keinen Spaß So Und ich frage mich dann halt auch immer Warum ist das denn so Ihr habt doch Ihr habt doch unsere Unsere Rider Und die ganzen BAs gelesen Warum funktioniert denn das nicht Und ihr habt die ja auch unterschrieben Also Man hätte ja auch einfach sagen können Hör mal zu mein Freund Das ist hier gerade Vertragsbuch Kannst du ja mal aussuchen Wie das endet Ne Also wenn man richtig kacke sein möchte Ja da gibt es ein ganz einfaches Wort Kommunikation zwischen den Gewerken Naja aber die gab es im Vorfeld schon Ich mache ja nicht aus Witz eine gute Vorproduktion Und versuche alles im Vorfeld Und kläre alles im Vorfeld Und lasse mir alles schriftlich geben per E-Mail Und speichere mir den Bombs ab Damit ich am Festivaltag sagen kann Ne 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 mein Freund Genau das hast du in der E-Mail am 15.06. geschrieben Und genau so möchten wir das jetzt haben Trotzdem Kommunikation zwischen den Gewerken Ja Aber ja Es ist ja nur jemand Nur weil ich es unterschrieben habe Muss es ja nicht so sein Also ich weiß Dass es manche Veranstalterinnen gibt Die das machen Aber ist ja auch Habe ich neulich darüber nachgedacht Als ich Da wir jetzt auch die letzten zwei Wochen gespielt haben Und ich den ganzen Vertragsbumsel wieder selbst gemacht habe Habe ich nochmal darüber nachgedacht Wie es vor 20 Jahren eigentlich gewesen ist Dass ich eigentlich Keiner dieser Gigs Den wir je gespielt haben Mit irgendwelchen Verträgen gemacht habe Haben wir damals ja nie gemacht Also das höchste der Gefühle War halt ein Stage Rider Ja genau Aber meistens war es halt immer so Ja was bringt ihr denn mit Ja Schlagzeug Gitarre Habt ihr zwei Gitarn Ja Habt ihr Kombos Oder habt ihr Habt ihr Habt ihr 4-12er Boxen Ja Wie viel Gesang Wie viel Gesang Eigenes Pult Ja Nicht mal eigenes Pult Ja aber Wir nutzen euer Hauspult Wir nutzen das gute Das gute Behringer 20 Kanal Mischpult Ja genau Ne Apropos Adola Ich habe Frank von Adola Den Schlagzeuger Habe ich auf dem Geiselwind getroffen Der war mit Chi Agu da Der macht bei Chi Agu So ein bisschen Technik Und ich glaube auch Ableton Und so ein Quatsch Und das war Wunderschön Weil immer wenn Frank und ich uns sehen Schwägen wir immer super gerne In In alten Adola Punkrock Captain Planet Matula Whatever JZ Zeiten Und freuen uns immer Und das ist einfach immer wahnsinnig schön Und ich finde es so cool Dass gerade so viele Leute Aus dem Punk Hardcore Was auch immer Bereich Auf einmal bei Bei Hiphop Produktionen arbeiten Weil Basto Der Monitormann Kommt auch von Von Fjord Und von allem Angst Und hat Sachen Damals Also Konzerte organisiert Auch so Hardcore Dinger Und alle Gehen jetzt irgendwie In diesen Hiphop rein Was ich total lustig finde Und dann sitzt man Dann halt mit so einem Frank Und sieht wie ein Weezy Er heißt glaube ich Weezy Die hat er auch gespielt Keine Ahnung Rauskommt aus dem Motel Und vor dem Motel Stehen so Fünf fette Weiße SUVs Und Dann gehen die da alle rein Die haben da irgendwie Drei eigene Securities Der hat um 18 Uhr gespielt Nur mal ganz kurz Haben eigene Securities Die da einen riesen Hackmack machen Und alle weg und weg Vom Auto Und Frank und ich Wir saßen da halt so Wer seid ihr denn Wer bist du denn Alter Also was willst du Und dann steigen die da alle ein Voll die Hektik Wer wo wie einsteigt Und dann so Jetzt fahren wir alle Gesammelt zur Bühne Das muss cool aussehen Mann Und die Bühne war 250 Meter entfernt Und niemand Außerhalb Des Backstages Hat gesehen Wie die mit ihren Vier Autos Da oder fünf Autos Da hingefahren sind Werden die jetzt Irgendwie am Publikum Vorbeigefahren Weißt du Um es irgendwie geil zu filmen Oder so Hätte ich ja verstanden Immer noch dumm und kacke Aber hätte ich verstanden Aber es hat niemand Aus dem Publikum gesehen Wie die mit ihren Fetten geilen Kachen Hinten an diese Bühne Rangefahren sind Außer halt die Hands Und der Stage-Manager Die sich auch gedacht haben So Was soll denn der Scheiß Jetzt hier Und das war Und dann sind die weggefahren Und dann sagte Frank so Wieso nehmen die sich Eigentlich alle so wichtig Und ich so Keine Ahnung man Und das ist wirklich so Warum nehmen sich Diese Leute alle so wichtig Und denken Ich muss hier so ein Hackback machen Mit Securities Wer will dir denn Was hier hinten Du bist doch nicht Irgendwie Bushido Der Angst hat Vor diesem Clan Weißt du was ich meine Also Da passiert doch nichts Oder glaubst du Dass Bones zu dir hinkommt Und dir aufs Maul haut Oder was Warum Aus welchem Grund Soll der das tun Mein alter Meister Mein alter Meister hätte gesagt Was das alles kostet Ja genau Was das alles kostet Zwei Leute auf der Bühne Aber eine Entourage Und 20 Personen Warum Was machen die denn da Die ganze Zeit Wer bezahlt die überhaupt Wo kommt denn das ganze Geld Denn her Ja Geldwäsche Hab ich gehört Ganz viel Geldwäsche Hab ich gehört Das muss ja irgendwo Investiert werden Dieses Geld muss ja irgendwo Investiert werden Weiße SUVs In weißer SUVs Waren mir völlig bescheuert Ganz anders als die Donuts Die sich halt einfach denken Ach Wir gucken halt einfach mal Was bei Ebay Ach Cool Kleiner Porsche Auf Ebay 35 Euro Ja hol ich ab Was machen wir damit Ja Crowdsurf Ja genau Genau so Genau so Oder auch wie Der Veranstalter vom Geisel Erzählt Vor zweit Letztes Jahr Hat Material da gespielt Und Dann wollte der Der Veranstalter Ey hier Shuttle Und so Wann brauchst du denn Shuttle Und Martin so Na ja wie weit ist das denn Und ja Da vorne ist die Bühne Da lauen wir doch hin Und dann ist der da einfach Mit seiner kompletten Crew Mit seiner Band Hat hingelaufen Ja Weil es einfach funktioniert Weil es einfach geht Und weil es auch nicht schlimm ist Und natürlich kann man halt Ein Shuttle vom Festival nutzen Wenn man keinen Bock hat zu laufen Ist ja auch Würde ich genauso machen So Wenn ich mit Julio Auf der großen Bühne gespielt hätte Weiß ich ganz genau Ich hätte halt safe Ein Shuttle nutzen müssen So Weil Julio keinen Bock hätte Zu laufen Was ja auch völlig okay ist So Dann nimmst du halt Ein Shuttle vom Festival Aber du nimmst doch nicht 4, 5 weißer SUVs Mit zum Geiselwind Ich stelle mir auch gerade vor Wie die da hingefahren sind Weißt du Mit der Crew Zum Geiselwind hin In Kolonne So wie damals Wenn man zum Hurricane gefahren ist Mit 3 Autos Wir fahren Kolonne Sieht so ein bisschen aus Wie wie so ein 90er Jahre Actionfilm Wo die CIA zusammen Irgendwo hingefahren ist Ja genau 3 Autos vorne In der Mitte Dann so ein Spotauto Wo der böse Typ drin saß 3 Autos hinten Und dann kommt der Hubschrauber Von oben an Und ballert natürlich Das Auto in der Mitte weg Weil natürlich alle sehen Das ist das größte Auto Da sitzt er drin Genau so war das Fällig bescheuert Haben wir halt auch gesagt Guck mal Früher war es so Da gab es auch keine Zeiten Oder irgendwas Da gab es auch keine Zeitpläne Von den ganzen Orten Wo wir gespielt haben Da war das so Ja komm Wann kommt der denn an Ja wahrscheinlich irgendwie so 16, 17 Uhr Ja okay alles klar Wann macht der denn so Doors Ja so 19 Das ist aber auch alles variabel Ja wie lange dürfen wir denn spielen Ah wir haben keine Curfew Alles gut Weißt du so lief das ja ab So Oder machen wir denn jetzt auf Ja ne die Tresencrew ist noch nicht da Das dauert noch ein bisschen Weißt du so Das war ja alles total egal Und Adola haben damals halt Von Captain Planet gelernt In Anführungsstrichen Adola sind damals ganz viel Mit Captain Planet Als Support mitgefahren Und die haben von Captain Planet halt Zeiten gelernt Also keine Zeiten gelernt Captain Planet war damals halt so Ja kommen wir halt an Dann kommen wir halt an Weißt du Soundcheck Ach ne wir sind eh zu spät Machen wir nur einen Linecheck Linecheck passt auch nicht mehr Dann fangen wir einfach mal an Weißt du Und so haben Adola halt auch Ihre ersten Shows gespielt So Zeiten Ach komm Scheiß drauf Das war damals egal Sich selber nicht ganz so ernst zu nehmen Ja ja genau Und das funktioniert natürlich Bei so großen Sachen natürlich nicht Es muss Zeitpläne geben Weißt du selber Das ist vollkommen klar Bei 15 Künstlern auf einer Bühne Oder wie auch immer Da muss es natürlich Zeitpläne geben Das ist ganz klar Aber dieses ganze Ding drumherum Dieses wichtig nehmen Dieses ich bin geiler als der Obwohl ich als erste Band irgendwo spiele Ist halt einfach so Boah Leute Entspannt euch mal wieder So weil es sieht ja niemand Das ist ja das Ding Es sehen ja nur die anderen Künstler Und darum geht es glaube ich Dass die Dass die anderen Künstler sehen sollen Ich hab zwar den ersten Slot Aber ich hab die fetteste Entourage mit Ich kann nur spielen Ich kann nur spielen Wenn mein Mondwasser Direkt neben meinem Mikrofon steht Wenn das da nicht steht Kann ich nicht spielen Dann geh ich da auch nicht Auf die Bühne drauf Das ist halt völlig Shirin David war Headliner Am Freitag Bei Geisel Ich sag Mondwasser Und du kommst direkt auf Shirin David Ja weil ich mir vorstellen kann Dass sie Mondwasser auf dem Rider hat Ich hab sie nicht gesehen Ich fand es nur sehr witzig Dass die ganze Bühne halt wirklich Hinten voll geschissen war Mit ihrem Scheiß Dass alle anderen Bands Sich wieder Den Arschlochplatz nutzen müssen Und eigentlich Eigentlich nicht geil aufbauen können Und die hatten Vor der Bühne So eine kleine Egonase Und auch so einen kleinen Steg Und da gingen so zwei Treppen runter Also völlig entspannt Und dann mussten die Während des Changeovers Zu Jizzes Mussten 20 Hands Und Bühnenbauer Diesen riesengroßen Der war echt groß Also breit Steg Hochsetzen Auf Bühnenhöhe Auf Bühnenhöhe Weil Miss Shirin David Gesagt hat Ne Oder ihr Produktionsherr Wie auch immer Ne Sehen wir nicht Das muss bühnengleich sein Das geht nicht Ist ganz klar Wenn man mit so riesen Stöckelschuhen Macht ja sehr viel Show Und bla bla Outfits und so Dass sie da halt nicht aufs Maul fällt Wenn sie da halt mal zwei Zwei Treppen runter geht Aber das war halt ein Bild Für die Götter Wie halt so 20 Hands Und Bühnenbauer Diesen Steg hochgebockt haben Innerhalb von einer halben Stunde Und richtig geschwitzt haben Aber die haben wirklich richtig Die hatten Die haben richtig geackert Und waren so angepisst Schön mit dem Wagenheber Auf dem Milesauto Ey das war so absurd Ich so Alter was ist denn jetzt hier los Ja aber da sprichst du ja eigentlich Was ganz Gutes an Und zwar Was das alles kostet Und wer das alles sieht Und ich denke halt immer Ey du hast Ein bestimmtes Produktionsbudget Und Was davon Also Was hat das Publikum davon So Klar muss man sich halt auch wohlfühlen Und ich freue mich auch Wenn Jetzt wie zum Beispiel Auf dem Superkunstfestival Da halt einfach eine Flasche Hendricks drin steht Da denke ich einfach so Geil Ihr habt jetzt nicht Finsbury Gin oder sowas genommen Oder so Sondern Da fühle ich mich gleich wohl Da sind dann noch zwei schwarze Dosen drin Kannst du halt irgendwie wieder Da fühlst du dich Da fühle ich mich halt wohl Dann ist dein kleiner Dann ist dein kleiner Ingwer So den habe ich auch bei mir drauf Und das reicht mir vollkommen aus Dann fühle ich mich sofort wohl Ja So Und ein Backstage Der 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 größer ist als Fünf Quadratmeter Und ich bin ein zufriedener Mensch Und überdacht wäre ganz geil Und überdacht Auch geil Es gibt was zu essen Ja Auch was vegetarisches Oder was veganes Super geile Qualität Muss nichts großartiges sein Fühle ich mich sofort wohl Und muss dann jetzt nicht von zu Hause Oder aus dem Produktionsbüro Für tausende von Euro Irgendeine Scheiße halt hinkarren lassen Ich fühle mich sogar Ich fühle mich sogar so richtig dumm Wenn irgendwelche Seeku kommt Und sagt Wir fühlen euch jetzt zur Bühne So nee Brauche ich mich Ja Aber warum Ja Also Wenn ihr jetzt hier diese Abkürzung Müsst ihr nicht durch die Leute gehen Mir ist doch scheißegal Ob wir durch die Leute gehen Oder nicht Also Ja Ich kann verstehen Wenn andere Leute das Das nicht machen wollen Aber Für mich ist das Dann halt einfach Da haben die Leute ja nichts von Wenn jetzt noch Also Wenn jetzt unfassbar viel Arbeit Und Mühe ausgegeben wird Für meine kleinen Für mein kleines Ego Vor allem für dich Für dich hinten im Backstage Also wir reden ja gar nicht Gar nicht über Bühnenaufbauten Also eine Show ist eine Show Und wenn eine Show groß ist Ist eine Show groß Aber wir reden ja Wenn sie sichtbar ist Wenn sie sichtbar ist Genau das meine ich Aber das Also ich sage mal Wenn du jetzt mit Hauke von Horeis Also als Als Hauke von Horeis Ich weiß nicht wie das sonst sagen soll Als 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 Herr Horeis Ich sage einfach mal Du wirst jetzt auf einmal Du machst Du machst jetzt einen Song Das Ding geht viral Und du Du wirst auf einmal big Weißt du Du bist big Ich sage jetzt einfach mal Du wirst so big wie Wie Skiagü Auf einmal Weißt du Das geht auf einmal So ein halbes Jahr Auf einmal bist du big Egal warum Vollkommen egal Okay Muss ich mir eine Skimaske aufsetzen Nein musst du nicht Du bist immer noch Du bist immer noch Herr Horeis Von Horeis Auf jeden Fall big so Also überlegst du dir erstmal Okay Wir spielen jetzt größere Festivals Wir haben auf jeden Fall Krasses Lauts Wir spielen nicht mehr um 14.30 Wir spielen auf einmal um 20.21 Uhr Keine Ahnung Da sind irgendwie 18.000 15.000 Leute vor der Bühne Dementsprechend möchte ich Dass diese Leute Die vor der Bühne stehen Wenn es ein großes Festival ist Halt auf der Bühne auch was sehen Was wir machen Also fängst du erstmal an In deinen Möglichkeiten Ich weiß genau wie du es Wie du es machen würdest Du würdest es cool machen Wir machen halt ein bisschen mehr Bühnen So Aber Ich glaube auch Dass du dann Weil die Produktion größer wird Hast du wieder Musst du automatisch Mehr Leute mitnehmen Heißt du brauchst Du brauchst einen Tourmanager Du brauchst auf jeden Fall Einen Produktionsleiter Definitiv Und du brauchst auch Ein paar mehr Leute Auf der Bühne so Die halt helfen Aufbau Ne Solche Geschichten Und dementsprechend Wird dann halt aber auch Weil du mehr Leute mitnimmst Wird deine Bühnenanweisung Etwas 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 größer Sie würde bei dir Niemals ausarten Weißt du Dass du draufschreiben würdest Ich möchte 18 Flaschen Moea haben Und keine Ahnung was Davon spreche ich nicht Aber Du überlegst dir dann Und das würdest du Mit Sicherheit machen Was auch überhaupt nicht schlimm ist Du überlegst dir dann so Naja wenn ich jetzt hier Einen Catering Rider machen darf Einen coolen Catering Rider Der für alle entspannt ist So Dann packst du da auch Ein bisschen mehr drauf Ja ich will auf jeden Fall Einen Melonenhai haben Genau Dann kriegst du den Melonenhai Und dann kriegst du eventuell Nicht zwei Dosen Schwarze Dose Dann kriegst du halt 24 Dosen Schwarze Dose Und dann kriegst du Zu deinem Hendricks Halt vielleicht auch noch Drei Flaschen Sekt Und dies, das, Ananas Was ja völlig okay ist Weißt du Wenn es im Rahmen bleibt Ja So Aber das macht jeder Das ist auch völlig normal Das finde ich auch total cool Wenn du mir jetzt sagen würdest Ey wir sind jetzt größer Du hast Ahnung von Catering Riders Von BA Keine Ahnung Schreib mir mal eine So Würde ich dir eine schreiben Und würde denken So das würde dir gefallen Und würde ich dir das rüberschicken Du willst gucken Ja finde ich cool Das kannst du wegnehmen Das kannst du noch drauf tun Und dann haben wir halt Irgendwie eine nette BA für uns alle Wo wir uns alle mit wohlfühlen Wo alle irgendwie cool sind Wo wir kein Festival irgendwie ficken Ne Dass die halt irgendwie kacke sind Aber das passiert automatisch Weißt du Weil du gerade sagtest So Ja ich gehe dann durch die Leute durch Das machst du dann auch nicht mehr Dann bist du froh Wenn der Security dir sagt Ey ich hab eine kleine Abkürzung zur Bühne Ja Du weißt worauf ich hinaus möchte Ich weiß worauf du hinaus willst Das geht mir einfach Ich brauch keine Entourage Die mich zur Bühne hinführen Absolut genau Ja aber ich wollte das nur nochmal Weißt du weil das immer so Und einem abschirmt Und Das ist halt Quatsch Das ist halt Quatsch Das ist halt Quatsch Dann siehst du es halt ja Immer fallen Immer fallen die gleichen Namen Aber dann siehst du halt einfach Gerade bei den Donuts Auf Social Media Wie und wo die Über die Festivals Jetzt halt gerade rumlaufen Was für ein Quatsch Die halt machen Ja klar Und wie alles scheißegal ist Und trotzdem halt auf der Bühne Vor dem gesamten Publikum stehen Und einfach halt abreißen Und halt Ihr Ding halt machen Ja Dann ist da halt einfach Ein großes Banner Dann steht da Meinerweil wegen Fuck Nazis drauf Und so Da ist da halt nichts Großes Mit dabei Aber ich finde die Donuts Das ist auch ein ganz ganz Schlechtes Beispiel Tatsächlich Also ich liebe die Donuts Versteh mich nicht falsch Das ist ein ganz ganz Schlechtes Beispiel Weil diese Donuts Einfach Band Plus Crew Egal welches Festival Du fragst Egal welche anderen Künstlerinnen du fragst Die nettesten Verfickten Liebsten Menschen Der Welt sind Schrägstrich Neben den Matzenmenschen Also wenn du die beiden Zusammen auf dem Festival An einem Tag hast Ist das glaube ich So das entspannteste Was du haben kannst Weil die natürlich wissen Wo die herkommen Die wissen wie die angefangen haben Wie klein die angefangen haben Beide Bands So und sind gewachsen Die ganze Zeit Aber sie sind halt cool gewachsen Sie sind nicht asozial gewachsen So Bei denen schreit auch niemand Einfach irgendwelche Menschen an Auf der Bühne Das wird auch nicht passieren Hundertprozentig nicht So Und darum sind Sind die beiden so Immer halt so Das Paradebeispiel An Bands Was wir immer so hochhalten Die total geil Und voll entspannt sind Und alle Und alle das irgendwie cool finden Aber es ist ja auch so Also ich kenne keine Keine anderen Bands Wo wirklich alle so cool sind Wie die Also wirklich nicht Kenn ich nicht Gibt's gerade nicht Gibt's gerade nicht Aber wenn du halt sagst Wie ich es machen würde Ich würde halt Wert darauf legen Dass mein Team Aus guten Leuten besteht Und das heißt sozusagen Dass ich Einen guten Monitor-Mischer habe Dass ich einen guten Mann Am Pult habe Einen guten Mann Am Lichtpult habe Dass da ein cooler Fahrer Oder eine coole Fahrerin ist Ist ja auch blöd gesagt Oder eine Frau am Mischpult Ist egal Aber dass es gute Leute sind Dass das sozusagen Was nach außen transportiert wird Auch wirklich gut ist Und die Leute auch genau wissen Was möchte ich eigentlich Vom Sound Und vom Licht hin Dass man sagen kann Wow Das war Das war Ziemlich gut Weil das halt ein Teil Der Show ist Und dann Ist Ist eigentlich All das Wofür Ich Oder die Person Die dann dafür Geld ausgibt Oder ausgeben wird Eigentlich dafür da Dass man sagt Das war ein krasses Show-Erlebnis So Wow Das war eine Fritz-Cola-Flasche Meine Damen und Herren Wir sind hier nicht Wir sind hier Nicht auf der Silbersackstraße Ich hoffe Ihr seid alle wach jetzt Wollte gerade sagen Wir sind hier nicht Auf der Silbersackstraße Schwieriges Thema Könnte man kurz Einmal noch drauf eingehen Ja kann man gleich machen Aber nochmal Wirklich Alles was nicht Dazu beiträgt Dass die Leute Eine bessere Show sehen Oder eine geile Show sehen Finde ich halt Unfassbar überflüssig Und denke halt auch immer Hey Leute Was das alles kostet Also oder ist das jetzt Ist das jetzt für einen TikTok-Account Ich hab keine Ahnung Es ist halt einfach Es ist Ich hab einfach das Gefühl Es wird seit letztem Vorletzten Jahr Und schon länger Einfach Es wird halt immer mehr Auf den Bühnen Das Thema hatten wir ja schon mal Und ich glaube einfach Dass sich niemand mehr Wirklich Gedanken darüber macht Ob das dann auf Festivals Also Tour rede ich nicht von Das ist egal Da bist du alleine Da kannst du machen Was du willst Aber ich rede von Festivals Dass du auf Festivals Einfach eine gewisse Bühnengröße hast Du hast einfach hinten Einen gewissen Backstorage Wo du deine Sachen lagern kannst Und wo alle anderen KünstlerInnen Die an diesem Festival spielen Auch aufbauen müssen Auch ihren Scheiß unterkriegen müssen Und auch wenn sie noch Sachen auf der Bühne haben Wie Deko und so Auch dass das alles Irgendwo dahin muss Und wenn du dann Headliner hast Der halt den ganzen Backstorage Da hinten schon voll geschissen hat Dass du nicht mal mehr Von der rechten Hinteren Bühnenseite Zur linken Bühnenseite Laufen kannst Weil einfach alles voll steht Du kommst nicht mehr durch Also du weißt ja Was ich meine Du musst also Bühne hinten runter Und dann rumlaufen Auf die andere Seite zu kommen Das macht ja keinen Sinn mehr Ja aber das ist ja auch wieder Eine Sache der Kommunikation Ne das ist keine Sache Der Kommunikation Nein 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 Ich glaube schon Wenn du Du weißt ja hundertprozentig Wenn du mit Deichkind Auf einer Bühne spielst Dann wird das so aussehen Nein eben nicht Nein eben nicht Hurricane vor zwei Jahren Oder vor drei Jahren Haben wir mit Juju gespielt Und da haben wir auf einer anderen Bühne gespielt Auf der zweitkleinsten Bühne Und auf der großen Bühne Haben Deichkind gespielt Und mir fällt nicht mehr ein Was es war Das waren große Bands Die da gespielt haben So Und diese Bühne War so groß Und so gut Und so gut aufgeteilt Dass da so viel Platz war Da hättest du nochmal Zwei Bands hinknallen können Die ihren Platz hatten Auf der Bühne Wo wir gespielt haben War so wenig verfickten Platz Weil alles Weil alle zu viel mit hatten Weil alle einfach zu viel mit hatten Und jeder hat sich selbst gefickt Im Endeffekt Weil keiner mehr Platz hatte Aber ist das nicht Kommunikation der Gewerke Ist das nicht so Dass du halt vorher sagst Das ist mein Stage Rider Das werden wir mitbringen Und Bühnemeister oder Bühnemeisterin Dann in dem Sinne aufteilt Wie und wo Sachen stehen Damit man von Slot zu Slot zu Slot Dass alle einen ruhigen und guten Aufbau machen können Und sich niemand im Weg steht Ist das nicht Kommunikation der Gewerke? Das ist Kommunikation der Gewerke Aber wenn jetzt zum Beispiel Auf einer Bühne Apache Bring Me The Horizon Editors Yu Yu Und mir fallen noch drei Bands Jetzt nicht einspielen Und alle kriegen die BRs Und die Rider davon Und die Festivals sehen Und sie sehen es im Vorfeld Wie viel Scheiße das ist Wie viel Kack da steht Dann sehen die schon Das wird nicht funktionieren Da wird Apache einfach alles hinten vollballern Und da ist schon fast kein Platz mehr Dann kommen noch Bring Me The Horizon Das funktioniert schon mal nicht Und die Editors auch nicht Und alle anderen darunter Haben halt Pech gehabt So Im Endeffekt Und das ist es so Dass die Festivals Irgendwann den Produktionen sagen müssen Ey Es ist voll cool Dass ihr hier spielt Aber Den Scheiß Den ihr mitbringt An Bühnendeko Was irgendwo stehen muss Ne Ein Auto Ein Leuchtturm Was auch immer Ein Leuchtturm Das funktioniert hier nicht Alle anderen Bands Haben keinen Platz Wegen euch Und wir haben alle Stress Den ganzen Tag mit Auf und Abbau Und alle sind genervt Alle sind gefickt Macht es kleiner Es ist Ihr seid Das ist nicht eure Tour Es ist Festivals Setup Also Macht es kleiner Das macht aber niemand Aber sie müssten es eigentlich machen Damit alle wieder Vernünftig Und gut arbeiten können Weil da bestimmt Irgendeiner mit einem Vertrag steht Und sagt Ja natürlich Das haben wir bei euch geschickt Ihr habt das gesehen Deal with it Ihr habt es unterschrieben Und dann sind wir wieder Bei Kommunikation der Gewerke Genau Kommunikation mit der Gewerke Ist richtig Aber innerhalb des Festivals Nicht 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 Kommunikation Produktion Zum Festival Die Produktion sagt Das ist unsere BA Das ist unser Rider Irgendjemand beim Festival Unterschreibt dem Bums Ob das jetzt alles Hundertprozentig Technisch weitergegeben wird An die Stage Manager Ja vielleicht schon Und vielleicht sagt der Stage Manager Dann so Ah Das ist aber ganz schön viel Das kriegen wir überhaupt Nicht auf die Bühne drauf Wie soll das funktionieren Hier spielen noch 15 andere Bands An dem Tag Das funktioniert aber nicht Und dann sagt das Festival Egal Ist halt unser Headliner Mach es möglich Und dann wird es unterschrieben Und dann sind im Endeffekt Die Gearschten Der Stage Manager Die Hands Und alle anderen Bands Die unter dem Headliner spielen Darum muss das Festival sagen So Ja Band XY Ihr seid gerade der heiße Shit Und ihr seid hier Headliner Und das finden wir voll geil Und wir haben voll Bock auf euch Aber Eure Bühnendeko Und alles was ihr mitbringt Ist zu groß Das funktioniert nicht Wir wissen nicht Wo wir es hinstellen sollen Damit alle anderen An dem Tag Auch noch irgendwie Vernünftig arbeiten können Und nicht total angenervt sind Und das passiert halt einfach nicht Ich meine Guck dir mal ein Apache an Ein Apache spielt Rock am Ring Am Freitag Sag ich jetzt mal Da kommt diese Crew Am Donnerstag an Wenn die letzte Band Am Donnerstag gespielt hat Fünf Lastwagen Acht glaube ich Reißen Die komplette Bühne runter Heißt Alles an Licht Alles wird komplett rausgenommen Von den Hands Also von den Festivals Und von der Produktion Dann wird alles wieder reingehängt Von was Apache mit hat Komplett Das ganze Apache Licht Wird wieder reingehängt Und dann guckt man Wie viel Platz haben wir denn noch Dass wir wieder dieses Festivallicht reinbauen können Weil du darfst ja Als andere Bands Nicht das Apache Licht benutzen Und dann wird da geguckt Wie viel Licht können wir denn Von uns noch wieder reinbauen Und das wird dann genutzt Für alle anderen Bands So Und allein das ist doch schon So ein Ding Wo du denkst Ihr könnt doch nicht Die komplette Bühne abreißen Nur weil der abends Eine Stunde zwanzig spielt Also was passiert denn hier gerade Und dann noch die ganze Bühnendeko Die der hat Der hat da irgendwie So ein 8 Meter hohes DJ Ding Und dann links rauf Und rechts rauf Gerüst Das Auto Das Stehen Und was der da alle hat Klar sieht das geil aus Und klar ist es cool Wenn man das sieht Wo wir beim Thema Show wären Aber alle anderen Sind gefickt auf dieser Bühne Das ist einfach Fakt Und dann hast du dann Trotzdem noch eine Band Wie die Editors da Und die ja auch Platz brauchen Die brauchen ja auch Ein Monitorplatz Die brauchen ja auch Das und das und das Und dann stehst du da Kommst dann morgens an Und unser Produktionsleiter Wo wir mit Juli da waren Und so Naja Und was machen wir jetzt Fahren wir nach Hause oder was Was machen wir denn jetzt Naja Dann nehmen wir uns den Platz einfach Weißt du Dann fängt man an Sich den Platz zu nehmen Und dann gibt es halt Diskussionen Mit dem Stage Manager Mit der Produktion von der Band Mit der Produktion von der Band Und da hat ja keiner Bock drauf Da hat ja niemand Bock drauf Auf so viel Stress Und so viel Nervkram So es ist eh schon stressig Den ganzen Bums aufzubauen Aber dann willst du ja nicht Noch mehr Stress haben Weil du keinen Platz hast Und nicht arbeiten kannst So Und ich sag einfach Dass die Festivals anfangen müssen Zu sagen Ey Es ist voll geil Dass du bei uns spielst Und das ist total gut Dass du Headliner bist Es ist völlig gerechtfertigt Alles ist gerechtfertigt Aber deine Bühnen aufbauten Und den Plan Was du dir denkst Wie das hier funktionieren soll Das ist halt Tour Setup Das funktioniert hier nicht Das muss Ihr müsst euch Ein Festival Setup überlegen Und das muss so überlegt sein Dass es Auf fast jede große Bühne Irgendwie drauf kann Aber trotzdem Nicht alle anderen Zu Weißt du bringt Ja auf der anderen Seite Wird dann gesagt Aber ihr wollt Ja ja klar Natürlich Ihr wollt den Künstler Oder die Künstlerin Und dann bekommt ihr auch Den Künstler Das ist halt Ego scheiße Das ist aber Ego scheiße Genau Und dafür sind ja In dem Moment Sind ja eigentlich Verträge dafür da Und in dem Moment Ist es ja Kommunikation Der Gewerke Und dann sagt halt irgendjemand Ich möchte aber unbedingt Diesen Künstler haben Das kriegen wir schon Irgendwie hin Ja und dann sagt Der Stage Manager Ne Mann Das kriegen wir nicht hin Alle anderen sind angepisst Und dann sagt das Festival Krieg's hin Das kriegst du Das kriegst du schon Irgendwie hin Ja das macht halt keinen Spaß Das ist halt echt nicht cool Ich bin gespannt Wie das dieses Jahr Rock am Ringen Hurrican Southside wird Das wird super entspannt Das weiß ich Weil wir Red Stage spielen Mit Großstadt geflüstert Also die kleine Bühne Die ja wirklich geil ist Auf dem Hurrican Das ist ja immer bumsvoll da Das ist ja voll geil Habt ihr jetzt mehr mit Als ein Banner Naja wir haben relativ viel Licht mit Auf jeden Fall So große Dollys Wo heute so Licht drauf gepackt ist Wir haben nicht viel mit Das ist alles Wir brauchen nicht wahnsinnig viel Platz Aber wir freuen uns immer über Platz Aber wir brauchen nicht wahnsinnig viel Platz Und bei uns spielen so Leute Wie Soho Barney Deine Cousine Adam Angst Was war denn das noch Und noch vergessen Also alle Bands Die halt die man kennt Und die cool sind Die Stage Manager kennen wir In Southside macht das unser Robin Der hat früher bei Großstadt geflüstert Auch gearbeitet Und hat Hand gemacht Sozusagen Und Backline und so Das wird ein sehr entspanntes Arbeiten So weil alle kleinen Bands wissen so Ey wir ficken jetzt hier nicht rum Wir wollen alle einen guten Tag haben So darum machen wir uns Das hier immer schön muggelig So und darum freue ich mich Ich hatte Talas Hurricane auf Southside Weil das halt vom Aufbau her nett wird Wann spielt ihr Sonntag? Sonntag spielen wir 16 Uhr auf dem Hurricane Und Southside spielen wir 19 bis 20 Da haben wir eine bessere Zeit Sonntag ist Hurricane Sonntag ist Hurricane Alles klar Ihr habt ja noch ein bisschen Glück gehabt Ist ja 18 Uhr ist ja Anpfiff Genau 18 Uhr ist Deutschland Anpfiff Ja Ja genau Das passt perfekt Wird das übertragen? Nee ne? Beim Hurricane Die machen es auf jeden Fall Doch die übertragen das irgendwo Definitiv Ich bin ja dafür Dass komplett kein Festival Kein Festival Fußball zeigt Weil ich finde Festival ist Musik Finde ich auch Also das ist einfach Das ist einfach ein Ding Wo vor der Bühne Unfassbar wenig los sein wird Jede Band die Zu der Uhrzeit spielt Wo Deutschland Auch spielt Hat halt verloren Also ich sag Was schätzt du von 100% Festivalbesucher Wie viele Leute gucken sich Deutschland an? Diese EM Ja Würde ich glaube ich sogar sagen Dass sie sich 60% angucken Ja ich wäre auch bei 50-60% gewesen Weil man merkt gerade irgendwie Irgendwas Irgendwas ist hier gerade los Die Leute finden Fußball richtig gut Deutschland ist wieder geil Deutschland ist wieder geil Toni Kroos bringt es auf den Punkt Alter 5-1 haben sie gewonnen 5-1 haben sie gewonnen Aber zum Beispiel beim Superkunstfestival Wo wir gespielt haben Wir haben um 17.30 gespielt Haben sie ja auch ganz straight gesagt Wir möchten Wir bieten hier Fußball keinen Platz Wer Fußball gucken will Kann das bei sich zu Hause machen Ja Und das finde ich total richtig gut Und es war super entspannt Also wir kamen überhaupt gar nicht In den Slot rein Wir kamen maximal in diesen Vorbericht halt rein Und von wegen Lisbeth haben halt Ich glaube die haben bis Oh wann haben die bis 21.30 oder sowas gespielt Hat man aber nicht gemerkt Okay War einfach Proppe voll Alles cool Keiner hat sich irgendwie Nach Fußball die Finger geleckt Und was ja auch total in Ordnung ist Ey das ist total in Ordnung Ich finde einfach auch so Festivals Wie Hurricane Size Southside Rock am Ring Also die wirklich weit weg Von jemandem zu Hause sind Ich meine Superkunstfestival In Lübeck ist das Ja genau Bei der Diakonie Da sind bestimmt immer noch Leute Die halt von zu Hause aus Zum Festival gehen Die können ja dann gern zu Hause Fußball gucken Dann gehen sie da halt nicht hin Aber ich finde Wenn du auf diesem Festival bist Bist du wegen den MusikerInnen da Und wegen den Bands da Und guckst dir das an Und ich finde einfach Dass die Festivals Kein Fußball zeigen sollten Weil es einfach die Leute wegzieht Von der Musik Und es ist so Es zieht die Leute weg Von der Musik Je weiter Deutschland kommt Und je besser Deutschland spielt So desto mehr Leute Werden halt sich das angucken Voll Ich kann mich noch an das Hurricane erinnern Glaube ich 2006 Da hat Deutschland gespielt Gegen Schweden Da sind die auf dem Campingplatz Da bei dem Zelt gezeichnet Genau Da haben sie Da haben sie eine große Leinwand Auf dem Campingplatz gehabt Und auf der zweitgrößten Bühne Haben gerade Nadasurf gespielt Genau Und da war nichts los Da war nichts los Und die haben halt glaube ich Nach dem dritten Song gesagt Ey Leute wisst ihr was Ich glaube ihr habt Bock Fußball zu gucken Und ihr könnt ja An den Außenleinwänden Hier halt auch Fußball gucken Wir setzen uns hier ganz gemütlich hin Und dann könnt ihr Fußball gucken Und dann ist alles geil Wie traurig das einfach ist Es ist richtig traurig Und im Zelt haben nämlich Wolfmother gespielt Vor gefühlt 100 Leuten Mit ihrem Hit-Album damals Da waren sie halt noch Der neue heiße Scheiß Ich weiß noch wie ich Wie ich halt noch die letzten 5 Songs Von Wolfmother mitbekommen habe Und es ist total abgefahren gewesen Ist halt in diesem leeren Zelt Diese krasse Band eigentlich zu sehen Und wie danach Blackmail auf die Bühne kam Und Eido Nur so hochgekommen ist Und hat nur so gesagt Na habt ihr gewonnen oder was Habt ihr gerade nicht gesehen Was hier passiert ist Auf der Bühne Das war krass Aber schön dass ihr gewonnen habt Mit eurem Fußball Mit eurem Fußball Richtig Eido mäßig Hat er einfach arrogant von oben her Aber hat er schon recht gehabt Und wenn du halt sagst Ich Also Die EM fühlt sich halt Noch nicht ganz so asi an Wie ich es mir eigentlich Vorher gedacht habe Obwohl So die einen oder anderen Sagen wir mal Ja Wie könnte man das denn so schön sagen Da kriegt man so ein paar Deutschland kriegt ein paar weiße Flecken Aus Fußballkorsett Weil wenn du es bestimmt mitbekommen hast Silbersackstraße Polizei Einen Typen niedergeschossen Ja aber Wir möchten ganz klar sagen Es war ein Deutscher Wir sagen es mal vorweg Weil bei Facebook ist ja sofort immer die Frage In den Kommentaren Oder bei TikTok so Welche Nationalität war er denn Ja er war Deutsch Arschloch War er wirklich Ja ja Er war Deutscher Das habe ich jetzt nicht mitbekommen Doch er war Deutscher Okay Sagen wir so Mir wurde dieses Video Auch brühwarm präsentiert Ich habe es gar nicht gesehen Am Samstag kam halt Ole hier rein Und hast du schon mitbekommen Auf Hamburg wurde geschossen Auf St. Pauli wurde geschossen Was ist denn da passiert Da ist ein Typ mit einer Spitzhacke Aus dem Dönerladen Und einen Molotow Cocktail Und einen Molotow Cocktail Und dann sieht man wie Wie gefühlt irgendwie 15 Polizisten um den halt herumstehen Mit gezogener Waffe Und er seine Spitzhacke halt wegpackt Und an seinem Molotow Cocktail halt herumgefuchtelt Und dann einfach mal vier Schüsse Auf den Also Ich Ich habe da auch Also Das ist auch so Ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll Ich denke halt so Na klar Da ist irgendwie ein betrunkener Geistesgestörter Typ Der aus dem Aus dem Dönerladen rauskommt Und die Leute halt anschreit Und bedrohlich wirkt Und Bedrohlich ist ein bisschen untertrieben In der Spitzhacke Mit einem Molotow Cocktail Ja Molotow Natürlich Vollkommen klar Also es ist mir Schon bewusst Aber dann stehen halt einfach So viele Beamten Um denen halt rum Und anstatt dass die auf den rauf gehen Wird auf den geschossen Naja aber Ja das ist auch wieder So ein Endlos Thema Ich meine der Typ steht da Mit einer Spitzhacke Mit einem verfickten Molotow Cocktail Da geht doch keiner von den Polizisten Persönlich hin Und versucht ihn umzuhauen Entschuldigen Sie bitte Könnten Sie bald die Spitzhacke Wieder weglegen Also dieses Schießen Verstehe ich Die sind da in voller Montur Also das ist so eine Sache Wo ich denke Uiuiuiui Die sind da in voller Montur Zahlenmäßig überlegen Der Typ legt noch die Spitzhacke weg Holt sich sein kleines Sippo-Feuerzeug wahrscheinlich raus Und macht so Warum geht denn das jetzt nicht an Also bis dahin Wenn du ein wirklich guter Polizist Oder Polizistin bist Hast du doch dieses Gefühl Ey Digga Kick nach vorne Drei Leute Vier Leute da drauf Also Ob die das dürfen Das hat auch die nächste Frage Die haben wahrscheinlich auch irgendwie Wie gehe ich bei sowas Wie gehe ich jetzt bei sowas um Ich will das jetzt nicht So aus drei Metern Nähe Viermal auf den Typen halt zu schießen Ist halt auch Wie gesagt Ähm Das Ich will das nicht gutheißen Versteht mich nicht falsch Ich will es nicht gutheißen Nein ist ja so Die hat doch selber Schuld gehabt Wenn der da mit Molotow Kopf hier rumläuft Aber wo Aber wo Wo fängt die Schmerzgränte Wo fängt es an Bei den Polizisten zu sagen Ähm Ja Äh Das machen wir jetzt mit Das machen wir jetzt mit Tesern zum Beispiel Wie in den USA Oder es gibt ja auch so Fangnetze mittlerweile Es gibt ja so Knarren Das ist ja völlig absurd Auch in den USA Es gibt so Knarren Die sehen aus wie so MGs Und da schießen die halt ein Netz raus Was sich auch mit Strom und so So stark um diesen Typen wickelt Dass der nichts mehr machen kann Der liegt dann auf dem Boden Und ist komplett eingepackt Der kann sich nicht mehr bewegen Und es gibt noch Stromstöße Also Ne Also wie Wie beim Taser Ne Aber der kann sich nicht mehr bewegen Der kann nichts mehr tun So Und wenn da drei Typen stehen Oder Frauen Die dieses Ding haben Und drei schießen auf ihn Und einer trifft Oder zwei treffen Ist es ja immer noch besser Als wenn sie ihn gleich erschießen So Da frage ich mich Warum wird sowas hier nicht eingesetzt So Wie gesagt Ja Also es gibt mir so ein mulmiges Gefühl Wie was Total Ich lasse meine Spitzsacke zu Hause demnächst Auf jeden Fall Definitiv Ja Andi gerade Ja ich wollte nur ein Bier Beim Bedöner trinken Ich komme ja gerade Von der Dachdeckerarbeit Ja genau Und zack tot Ja Und ich habe das Bier Nicht ausgetrunken Ich habe halt einfach Mein Taschentuch da reingesteckt Damit die Kohlensäure nicht rausgeht So ja Und deshalb Auf dem Video sieht man halt auch Es fallen halt vier Schüsse Und ein Polizist Der im Zivil gewesen ist Hat zweimal in die Luft geschossen Aber es wurden halt trotzdem zweimal Auf denen geschossen Und Also es Man sieht es aber auch nicht genau Aber wenn halt so vier Schüsse fallen Ist halt irgendwas anderes Als wenn denen halt einfach ins Bein geschossen wird Einmal Ja Aber ich frage mich dann halt auch Also das ist Ich will das nicht gutheißen Aber Wenn der Typ einen Molotow-Cocktail in der Hand hat Und einen Zippo Oder ein Feuerzeug Wie viel bringt das da Ihm ins Bein zu schießen Meinst du Er Also weißt du Es kann ja immer noch sein Dass er das Ding trotzdem ankriegt Und irgendwo hinschmeißt So Aber da wären wir wieder beim Thema Taser Netzkacke Und nicht gleich schießen Taser Netzkacke Taser Netzkacke Und nicht gleich schießen Ich würde einfach mal ein Gegenbeispiel bringen Und zwar Einer der ersten 1. Mai Einer der ersten 1. Mai Demos Die ich halt hier in Hamburg Miterlebt habe Muss auch so gegen 2006 2007 herum gewesen sein Ähm Und wir In eine Also Nicht als Als Demonstrierende Mit meinem besten Freund Da reingekommen sind Sondern als Demonstrationstourismus Ne Euer Vom Land mal Essen mal Bier trinken Ein bisschen gucken und so Und dann sind wir in einer Schar Turtles halt reingekommen Die sich Äh Mit Pfefferspray Und Wasserwerfern Sich halt alle Vorgenommen haben Die auf der Schanze gewesen sind Egal ob männlich Weiblich Alt oder jung Äh Leute halt weggepustet haben Äh Mit einem Wasserwerfer Die halt dann beim El Camino gesessen haben Und einfach nur was gegessen haben Und total durchgedreht sind Wir abgehauen sind Und irgendwie Flog von der anderen Seite Ein Molotow Cocktail Äh Auf die Straße So Und dann sind die Bullen Richtig durchgedreht So Das heißt ja Im Ne Also Und trotzdem habe ich das Gefühl Dass der Typ Der ein Molotow Cocktail Wenn auf den viermal geschossen wird Ähm Dass es vielleicht nicht der richtige Ansatz wird Weil Absolut Nein Natürlich nicht Weil sich alles nach Weil sich alles nach oben schaukelt Ja ja klar Natürlich ist das Schießen kein Also für mich nicht Nicht die richtige Lösung Deshalb ist das halt dieses Ding Okay der hat einen Molotow Cocktail gehabt Und es wäre vielleicht genügend Zeit gewesen Für Leute das anders zu regeln Mit Mit dem Tasernetz Äh Als viermal auf den zu ballern Ja ja klar Auf jeden Fall So weil Ich kann es ja auch verstehen Wenn die Polizei Die jetzt alle Überstunden schieben müssen Und eine Urlaubssperre haben Ähm Wenn Wenn deren Nervenkostüm Auf Zinne ist Und die auch keinen Bock haben Und dann kommt ein Typ mit einer Spitzsacke Mit einem Molotow Cocktail Und wie gesagt Ich möchte auch gar nicht Also wie gesagt Das ist halt echt Also das Schießen ist halt Das funktioniert halt nicht Das kannst du halt nicht jemanden einfach erschießen Allein bei so einer Ey Allein auch bei so einer Großveranstaltung Ich meine Du hast doch gesehen Wie viele Holländer Ja In Hamburg gewesen sind Ja 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 Und nix Hüp 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 Das haben sie schön gemacht Die Holländer Hüp 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 Ich bin großer Holland Fan So Fußball ist mir scheißegal Aber die Holländer haben jetzt schon mal ein Herz erobert Weil sie Hamburg Weil sie Hamburg einfach mal gezeigt haben Ja So funktioniert das Wir können das richtig cool machen Und sehen nicht scheiße dabei aus Und das Und ganz Alle anderen Länder denken sich Oh Die Holländer Wie viel Spaß die beim Feiern haben Ja genau Wie viel Spaß die beim Feiern haben Ich hab samstag noch ein paar Holländer getroffen Die haben sich Die haben sich recht freundlich und lieb verhalten Die waren alle happy und glücklich Und das war Das meine ich halt Das ist so ein Gefühl Wo ich denke halt So eine EM Ey das ist eigentlich ganz nice So das ist irgendwie Wie die sich dann da irgendwie gerade präsentieren Auch nicht alle Da gibt es bestimmt Natürlich überall Da gibt es halt Idioten Absolut Wie so eine Gesamtstimmung halt in sowas Positives gesetzt wird Ich kann das ja auch sehen Weil mein Mein Haus wo ich wohne Ist halt direkt auf dem Weg zum Volkspark Das heißt ich kann wirklich alle Leute sehen Die halt immer wenn es Wenn es im Volksparkstadion Spiele gibt Die da hinten Die da hinten dann Ja ja So mit den ganzen E-Rollern Betrunken Mit drei Leuten da drauf Ja klar Ich hab jetzt Ich hab Alleine Alleine auf dem Samstag Hab ich glaube ich Vier Vier Leute gesehen Die sich mit dem E-Roller Weil sie so betrunken gewesen sind Beziehungsweise nicht Nicht wissen Wie sie halt Ihr Bier halten Und ihre Zigarette Und lenken Und lenken Aus und aber Typ Den der Roller halt Immer wieder hingefallen ist Der wollte ihn halt hochheben Bis halt irgendwas von ihm abgebrochen ist Und dann einfach nur noch so stand Während alle Leute schon weitergefahren sind Und sich dann halt So ganz traurig Hingesetzt hat Und dann zu Ende geraucht hat Bier getrunken hat Das Ding halt wieder hingestellt Und sich in den nächsten E-Roller genommen hat Also Ja 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 Wir werden sehen Wir werden sehen Ich mein Ist ja gerade Ist ja gerade gestern Das Deutschlandspiel gewesen Deutschland hat gestern gespielt Gegen Ungarn glaube ich Deutschland hat gestern schon wieder gespielt? Wenn die Leute das jetzt gerade hören Achso Okay Ja stimmt Die haben Mittwoch gespielt Ja genau Die haben Mittwoch gespielt Und wahrscheinlich werden alle mega froh gewesen sein Weil Toni Kroos wieder den Querpass seines Lebens gespielt hat Und Kann man auch sagen Wir haben 5 Uhr verlieren Wer weiß das schon Nein auf gar keinen Fall Das wird nicht passieren Das wird nicht passieren Also Wir rasen da durch die Gruppe Ja Wie Weiß ich nicht Ja mal gucken Wie Johannes König durch Die Sendung Bei Dida Nuhr Ja Und dann kommen wir Dann spielen wir irgendwann gegen Spanien Und dann merken wir scheiße Es gibt ja Mannschaften Die richtig Fußball spielen können Das können wir auch Ja Du bist kein Fußballfan Nein aber ich weiß ja schon Dass die Spanier gut sind Nein ich weiß ja schon Dass die eine sehr sehr einfache Gruppe haben Das stimmt Aber Und danach kommen ja die schweren Sachen Ja aber zu Hause We will see it Ey liebe Leute Es tut uns sehr leid Für die ersten 10 Minuten Dass wir uns da so rumgetraxelt haben Aber Wenn ihr Wenn ihr wirklich auch die letzten 4 Jahre immer dabei gewesen seid Dann kennt ihr das ja schon Ihr kennt das ja schon Es gibt Es gibt ganz viel Es gibt ganz viel Gold Ja Es gibt ganz viel Frieda Gold Aber es gibt halt auch Gibt halt auch so schwarze Tage Es gibt ja das auf jeden Fall Wir haben eine wunderbare Playlist Die da heißt Astra Colada Nachtasyl Und da sind wahnsinnig gute Songs drauf Und da ich vorhin schon von Luna gesprochen habe Möchte ich bitte zwei Songs von Luna drauf haben Das wäre einmal Was wäre wenn Und immer nur du Und wie gesagt Check die gute Frau aus Das ist voll schön Und ich wünsche mir Einen ganz klassischen The Boxer Rebellion Song Und zwar Step Out of the Car Und Ruby von Tweaker Mit Will Oldman Voll schön Ihr süßen Hasen Wir hören uns nächste Woche Dann gibt es brandheiße News Zum Hurricane und Southside Was da so alles passiert ist Und da passiert immer eine Menge Von daher Wir hören uns nächste Woche Tschüss 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 Tschüss